Ernst Reuter Schule, Elite Deutschlands wird hier ausgebildet. Leere Zehenkreide oder so durch die Nase bin kein Arzt hab keine Ahnung. Schulhof perfekt zum Sprinten falls man von Lehrer beim Wuffen erwischt wird. Mein Name ist nicht Mario und ich bin auch nicht schwarz. Die Schüler haben mich aus dem Fenster geworfen, haben leere Boxerschnitt verpasst. Beste Zeiten wie er geschrieben hat. Passt alle auf Luigi aus der 6B auf der Zwingt Kinderkreck zu rauchen. Luigi ist gefährlich, nur Krak ist dort. Richtiger Saftladen. Ich muss dieser Schule eine gute Bewertung geben, die haben meine Familie und meinen Hund.